Jetzt sind wir schon bei der Welt-Gefrecherung, die von mir gewünscht wird. Ein Kind. Ja, Wahnsinn. Sag einmal, ne? So, ein Kind von mir. Zwei. Zeigt's mir am ersten Mal, eure Trauben. Sonst ist es ja direkt ein Schmarrn. Ich bin jetzt eh sehr viel auf Tournee die ganze Zeit. Das ist ein bisschen Zeit, weil ich noch ein Schmarrn drüber habe. Obwohl es gerade ganz, ganz gut passt. Weil ich bin ja, wie manche von euch wissen, leider auch oft sehr gestraft. Hey, hallo, hier ist ausverkauft. Das ist ein bisschen alles aus dem Geld. Ich habe gerade Streit mit meiner Frau. Und wie ihr das schon wisst, kann ich nichts dafür. Meine Frau ist über mich entsetzt. Weil ich jeden Abend sage, Schatz, bin ich jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren. Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Männer, kennt ihr das? Ihr steht am Herd und wollt in Ruhe kommen. Eure Frau kommt von der Arbeit heim. Ratsbesser. Ihr denkt euch, schönen Abend. Na, guten andermal. Sie setzt sich hin, fährt, sie anschaut die FB-Pokal. Ich frag sie, wer hat sie Fußball in der See? Wer wohl die Kleine morgen früh in den Kindergarten bringt? Da gibt es keine, fragt sie, wir sind doch nur zu zweit. Wie gesagt, die Kleine, die sei in der Stunde. In dem Kinderbettchen schreit meine Frau. Ist über mich entsetzt. Weil ich jeden Abend sage, Schatz, bitte nicht jetzt. Und eines werde ich wohl nie kapieren. Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Hirn? Geht beruhigt, Fußball ist aus. Ich fang zu reden an. Ich sag, ich würde so gern mal wieder zu Ikea fahren. Was willst du? Na, fragt sie, wir müssen sie sich sparen. Ich sag, gut, nein, mit dem Auto. Sie sagt, okay, wir fahren. Wie wär's mit Samstag, frag ich, da könnten wir in Ruhe schauen. Nein, da geht's nicht, da ist Fußball und da kommen meine Frauen. Und am Montag, nee, da muss ich mich erholen. Aber am Dienstag, nein, da bin ich doch mit Jessica Van Bogen. Ich sag, am Mittwoch spielst du Vogel, seit über einem Jahr. Am Donnerstag gibt's Freelight, das sind ja Titty Twister. Am Freitag spielst du Billiard, ich fange an zu schreien. Fahren wir doch! Und am Dienstag, ich fange an zu schreien. Meine Frau ist über mich kein Selbst. Weil ich jeden Abend sag, Schatz, bitte nicht jetzt. Oh nein, das werde ich wohl nie kapieren. Warum denken Frauen nicht nur mit dem Herd? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Herd? Warum denken Frauen nicht nur mit dem Herd? Es eskaliert. Ich fand's. Ich bin aufgemacht am Ende. Man soll nicht das ganze Lied aufarbeiten. Man soll nicht das ganze Lied aufarbeiten. Es ist jetzt verliert. Es ist eskaliert. Okay, jetzt die aggressive Version. Es ist eskaliert. Ich werde hysterisch und fangen an zu holen. Ich gehe ins Bett, mache die Augen zu und warte auf den Schlaf. Sie kommt nackt ins Schlafzimmer und sagt, ich bin jetzt wieder brav. Ich schreibe 666, das ist alles, woran du denkst. Fährst du nicht, wenn du mich verlässt, wenn du mich in die Nacht gedrängst? Du könntest doch einfach so mal kuscheln mit mir. Sie sagt, hey Vicky, pass was, leg mich am Arsch, ich drück auf mir. Du könntest doch einfach so mal kuscheln mit mir. Ich bin jetzt wieder brav. 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 Ich bin jetzt wieder brav.